Jo Leute, was geht da? Wir öffnen Käste Nummer 11. Heute Among Us wieder mal. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich heiße heute Sci-Bot. Und sehr, sehr weihnachtlich habe ich mich sogar mit einer Weihnachtsmütze. Ach, Orange ist ja noch cooler. Und wir haben drei Posters. Ich bin sehr gespannt, ob ich es schaffen kann. Keine Posters zu sein. Ja, ich kann es schaffen. Lass gerne ein Abo da. Lass gerne ein Abo da. Wir werden probieren. Jetzt nehmen wir ein fleißiges Spielchen. Unsere, oh mein Gott, die ist sehr sehr low. Wir werden probieren. Aber mit jetzt nachläuft eine Minute. Jetzt schon eine... What the fuck? Man kann nicht mal noch wissen. Sad Girl. Schauen wir mal, was die anderen so schreiben. ETH. Sorry Pink. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob wir Pink Voten oder einfach nur. Mich keiner, Gott sei Dank. Aber auch keine für Single Boy. Oder sieht man die Votes nicht, weil er gelieft hat. Das weiß ich natürlich auch nicht. Ja, das ist natürlich blöd. Ich meine, wenn ich keinen Bock habe, warum zockst du dann, Mann? Also, sorry. Also, ob wir jetzt noch zwei Impostors remaining sind, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe jetzt leider nicht geguckt. Die Tasks konnten wir noch gar nicht angucken. Das ist so richtig. Ach, nicht Kart. Ah, da ist was. Perfekt. Pass auf, jetzt stehen wir safe beim Versuch. Also, die müssen wir nehmen. Jetzt stehen wir safe beim Versuch, das zu retten. Jetzt kommt schon einer her. Oh nein, Lila. Magst du was? Ich weiß nicht, ich weiß nie genau. Ach, das sind sogar noch die alten Tasks. Mega. Seid ihr beides im Post? Okay, perfekt. Und gehen wir das mal saven hier? Oh, oh nein, weiß es leider. Safe. Ja, nein, doch nicht. Was ist jetzt schon wieder, Mann? Ich habe nicht mal was gesehen. Es ist nicht mal noch jemand tot. Okay, doch. Es sind schon ein paar tot. Single Boy, ja, Single Boy, kann ich tot sein. Er hat gelieft. Aber trotzdem sind ein paar tot. Gucken wir mal so. Ach, doch. Man sieht noch die Leute, die auch gewotet wurden. Hä? Ich habe da vorne gewotet. Seid girl, was not an dem Poster? Okay. Das ist natürlich nicht so gut. Das ist eher so. Okay. Das ist nicht so schön. Ich glaube, grün ist einer. Also werden wir jetzt von grün fernhalten. Wir werden uns einfach von allen fernhalten. Weil das ist, denke ich mal, die einfachste Methode. Er hat es geschafft. Need a Girl, Single Boy und Ali Sabi. Sag ich ja, grün war einer. Schade. Also wirklich schade. Wir quitten das ganze Game. Wir sind in der nächsten Runde. Gibt es vielleicht noch eine andere Farbe? Ja, jetzt wird es der grüner Christbaum. Perfekt. Nein? Ich habe grün gewählt. Ach, grün ist nicht weg. Doch. Der grüne Christbaum. Perfekt. Wir haben eine richtig gute DPI. Perfekt. Drei Gegend sind da. Einer hat das Game gelieft, aber wir sind trotzdem zehn. Warum startest du dann nicht mal? Sind Deutsche hier? Start, bitte. Ähm. Ja. Start. Start. Perfekt. Perfekt. Wäre cool, wenn wir ein Poster werden, aber ein paar noch gelieft. Das heißt, wir sind wieder cool. Perfekt. Bei drei Postern. Das ist natürlich heute eine super coole Runde. Wirklich. Also, dass wir das echt immer wieder schaffen. Bei drei Postern nie ein Poster zu werden. Das ist... Das ist fast... Das grenzt fast an eine Unmöglichkeit. Aber ich schaff's. Also wirklich. Ich bin da echt stolz drauf. Oh. Ok. Das ist aber schnell gegangen. Perfekt. Nächste Runde. Und wir starten. Bitte lass uns ein Poster sein. Oder sind wir wieder disconnected worden? Ja. Doch. Ach. Drei. Drei sind disconnected worden. Und wir sind... Ich bin dross im Team. Mann. Bringt mich gleich noch, Mann. Warum bekomm ich immer die Map? Ich hab alle drei eingeschaltet. Und bekomm immer die eine Scheiß-Map. Wirklich. Ich hasse diese Map schon. Die ist schon so ausgelutscht. Ach, Mann. Ja. Immerhin haben die Speed. Ja. Wir hängen hier mal die Kabel zusammen. Wuhu. Macht das Spaß. Wuhu. Macht das Spaß. Wuhu. Macht das Spaß. Wow. Ha. Runde Nummer 5. Ich bin schon übelst gepiesst von dem Game. 8 von Seen. Perfekt. 10 von Seen. Nein, 8 von Seen. So. So. Customer ist. Nein, wir lassen die Farbe. Wenn ich mir die schon mal behalten darf, ist es ok. So. Nachdem ich sie aber auch geschützt sind. Oder das Game keine Ahnung. Irgendwie nicht mehr gegangen ist. Habe ich mir eine neue Runde gesucht. Das sind aber nur fünf Gegner. Das ist nicht schön. Nein. Und das wäre noch ein Limit. Nur ein Imposter. Das wäre aber cool, wenn wir mal einer wären. Aber ich glaube, das wird nichts mehr. 5 von 5. Nein. Ich glaube, die Server sind gerade ein bisschen übertriebenes down. Weil 8 perfekt. Nehme die. Alter, die hören. Oh mein Gott. Coole DP. Wirklich, die kann man. Die kann man so echt machen. Die ist mega cool. Und ich würde auch mal sagen. Auch wenn es leider, leider, leider. Nicht zu viel ist das auch, wie ich mir erhofft habe. Aber ich wollte eigentlich so lange spielen, bis ich ein Poster bin. Aber nachdem das Spiel jetzt schon zweimal abgestürzt ist. Und ich absolut pisst bin. Weil immer wieder diese Server down gehen. Auch der Ping oben geht richtig durch die Decke. Wo ich so gut wie nichts hier mache in meinem Internet. Also das kann nicht sein. Aber wir schauen mal. 3, 2, 1. Und es gibt auch 3 Poster. Vielleicht haben wir Glück in unserer letzten Runde. Pssssssssss. Crewmate. Perfekt. Das passt einfach zu dieser perfekten Runde heute. Und wir die beschissene Map. Man, warum immer die gleiche Map. Das ist einfach nicht schön. Wirklich. Könnt ihr uns nicht einmal nennen und andere Map geben. Ich habe alle 3 eingestellt. Und immer bekomme ich diese eine Schaden. Ich renne jetzt immer mit 2, 3 mit. Weil es können nicht alle 3. Obwohl... Natürlich. 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 Stehe ich genau neben dem Hurensohn, der mich getötet hat. Das kann es nicht sein. Mann. Das kann es nicht sein. Starslips. Wer war es dann? Starslips? Da gibt es gar keinen, der so heißt. Billy E. Fanboy. Wer? Ja. Inamadaman. Schauen wir mal. Ob sie... Ich glaube Blau hat mich ja gekickt. Emma. Emma hat mich gekickt. Gekillt. Brown. So ein Hurensohn. So ein fucking Hurensohn. Sorry man. Aber... Das ist wirklich... Er hat es einfach geschafft. Er killt mich. Reportet. Und dann... Bekommt er auch noch recht. Er hat sogar seinen eigenen Teamkollegen. Wir sind in der letzten Runde. Hashtag Nummer 3. Also ich habe schon dreimal gesagt, das ist die letzte Runde. Och man, das Dunkelbein ist aber so hässlich. Orange ist sexy. Perfekt. Aber ich möchte das letzte Mal nehmen wir... Die süßen... Nein, die sind nicht hässlich. Auch hässlich. Auch hässlich. Nehmen wir die One. Nein, der passt auch gut. Aber was haben wir denn noch? Perfekt. Türkis ist auch noch da. Perfekt. So. Wir nehmen das letzte Mal hier... Och. Da hat wieder einer geliebt. Woah. Speed. Mehr Speed, bitte. Mehr Speed. Am Anfang dachte ich mir so... Oh, die DP ist scheiße. Aber heute denke ich mir so... Woah. Mehr DP. Oh. Wir sind nur noch 6 Leute. Hä? 7? Kommt und startet. Limits sind eh 2 Imposters. Und vielleicht haben wir noch eine größere Chance ein Poster zu werden. Scheiße. Leute, los geht's. Ich hab ja... Dünnschiss gebohrt. Und wir sind wieder Crew-Mads bei 2 Imposter & Crew-Mads. Wie kann das denn sein? 4 mal. 6 mal hintereinander. Nicht mal 4 mal. Es sind 6. Und wenn ich jetzt wieder getötet werde, Leute, dann raste ich aus. Nein, ich raste nicht aus. Aber es ist einfach nicht mehr schön. Ich renne wie eine Oma. Warte, ich schreibe gleich in die Kommentare. I feel like a grand ma. I feel like a grand ma. I feel like a grand ma. Wirklich. Das ist nicht schön. Und jetzt komm ich sicher gleich wieder rein und bricht mir das Genick. Das ist heute einfach nicht mein Tag. Das ist einfach nicht schön hier. Letztens hatte ich 2 Tasks zu lösen. Wirklich. Das war... O2. Oh, hier wartet einer. Brooklyn. Perfekt Brooklyn. Ich hätte hier nicht verfolgt. Keine Angst. Ist hier links wenigstens was. Nope. In dem Raum war echt schon lange nicht mein Reaktorraum. Und das sind doch so wenig Gegner. Sind die schon alle down oder was? Electrician ist immer irgendwas. Das ist wirklich immer irgendwas. Oh nein, Dunkel war es auch hier. Der will mich gleich selbst kennen. Natürlich haben die wieder gewonnen. Was denn sonst? Karma Planet. Eine Runde noch. Wir haben es geschafft. Die letzte Runde. Die letzte, letzte, letzte Runde. Wirklich, das ist die letzte Runde. Wenn ich es nicht schaue... Oh, die DDP ist mega schön. Wirklich, die ist gut. Und wir können heute mal Rot nehmen. Und vielleicht... Ja, die Hörner, die passen gut. So. Die DDP ist super. Meine Laune nicht mehr. Aber ich meine es noch verständlich. Die siebte Runde, in dem ich entweder gleich am Anfang gekillt wurde. Oder halt einfach nie ein Poster wurde. Ist einfach nicht normal. Ich glaube, die zwei Probleme sind doch langsam wieder da. Äh, sind doch langsam wieder... Äh, Geschichte. Ich frage mich immer gerne, äh, um German Man hier ist. Start, please. Ähm. Ja, schreiben wir auf Start. Ähm. Aber... Ja, glaube ich nicht. Also... Also... Wir dürfen Trendposter nehmen und werden nur neun Leute. Das ist cool. Eine... 33-prozentige Chance. Okay, die schwingt wieder. Eine 33,33-prozentige Chance. Dass ich im Poster werde, das ist gut. Das ist wirklich gut. Schauen wir mal. Bitte. Einmal. Das war so cool. Ja! Das letzte Mal sieht wir einfach den Poster. Das ist so insane. Okay, das letzte Mal nicht auf 4. Auch. Das ist dafür eine neue Runde. Auch cool. Wir dürfen in 7 Sekunden schon killen. Wir werden gleich mal den Gelben hier mitnehmen. Du bist ja hier auch ein Poster, oder? Ah, hier. Er ist auch ein fucking Imposter, der kleine Huren. Das sind so viele Leute. Ich kann die nicht kennen, man. Mach das doch fertig, man. Äh, bist du auch einer? Ach, ich trottel. Ich trottel. Das war einfach zu kurz. Wirklich. Ach, Mann. Ich, ich, ich weiß. Ich glaube nicht, dass... Ich schreibe mal not me, aber ich glaube, da war ich einfach... Ja, ich glaube, ich war da zu vorsichtig. Ah, zu unforsichtig. Wirklich. Ähm, please vote red. Ich schreibe mal nicht braun safe, aber die haben schon alle mich gevotet. Ah, da kann ich nichts machen. Das war hirnlos. Das war so unnötig. Mann. Da bin ich einmal... Wer hat das geschrieben? Wer hat geschrieben vote red? Der braune. Der braune. Okay, das kann. Okay. Ja. Scheiße. Och, Mann. Da war ich einfach zu unvorsichtig. Wirklich. Ich wollte unbedingt noch einen killen. Ähm. Ach, schade. Schade, schade, schade. Ja, es hätte nicht zu sein sollen, Leute. Lasst gerne ein Abo da. Lasst gerne einen Däumchen oben da. Folgt uns gerne auf Insta und natürlich auch gerne auf TikTok. Links sind alle unten in der Bio. Ähm. Und, wie gesagt, schade, schade, schade. Wir werden noch einmal, glaube ich, vor Weihnachten, einmal ausspielen im Adventkalender. Ähm. Ich bin sehr, 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 sehr enttäuscht. Ähm. Ich war so angepisst und wollte unbedingt mit jemanden umbringen. Ich hätte einfach mir Zeit lassen sollen. Wenn man dann sieht hier, keine Ahnung, dass da zehn Leute stehen. Da hätte ich mal ein bisschen vorsichtiger sein sollen. Aber ich dachte mir, vielleicht sind die ich drüber. Ja, war leider nicht so. Ähm. Lasst gerne einen Däumchen oben da. Abonniert gerne den Channel. Schaut auch gerne, wie gesagt, auf Social Media Channel vorbei. Morgen kommt eine coole Mega Season. Und vorhin haben wir schon reagiert auf dem Video. Ähm. Ich denke mal, das war eins von, ich glaube, das war vom Gewitter im Kopf. Also schaut euch gerne vorbei. Mega unterhaltsam. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020